herzlich willkommen zurück in space engineers ich glaube ich habe da gerade was entdeckt und eigentlich die aufnahme nicht wieder starten aber da blinkt irgendetwas so recht links über meinem fadenkreuz so ganz klein das ist echt nicht was es sein soll da ist das auch so weit weg dass es vielleicht bloße optische täuschung ist aber ich fliege da auf jeden fall mal hin und zu dem trümmer will ich dann unbedingt noch da kommt irgendwas ist irgendwas was ist das kleiner felsen ok war jetzt nicht so spektakulär nur eine kleinigkeit so 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 so